Das Laufen bei Kälte wird deutlich angenehmer, wenn du mit dem Climaheat Longsleeve von Adidas auf der Strecke bist. Das erste, was bei diesem Longsleeve ins Auge fällt, ist die Detaillösung am Kragen. Der kurze Reißverschluss ist hierbei asymmetrisch angelegt und abgedeckt. Die Abdeckung geht dann in den hohen Kragen über und so erhältst du angenehmen Schutz am Hals. Und je nach Bedürfnis erhältst du über den Reißverschluss zusätzliche Belüftung. Das Climaheat-Material bietet eine hohe Wärmeisolierung bei gleichzeitiger Atmungsaktivität. Auch bei diesem Shirt setzt Adidas auf die Formotion-Schnittführung. Sie macht jede deiner Laufbewegungen mit und schränkt nicht ein. Die verlängerten Ärmel mit den integrierten Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel und wärmen die Hände. Der extravagante Look dieses Shirts macht es natürlich auch für die Freizeit hochinteressant. Schau dir doch die Textilien aus der Climaheat-Serie von Adidas einfach mal an. Entweder in einer unserer Runners Point Filialen oder du bestellst sie gleich hier im Shop unter www.runnerspoint.com.